Ja, hallo Leute und ja, willkommen hier. Ihr seht das jetzt wieder in Speed Power Time, aber ich bin auf Diamantensuche und bin hier in meiner Höhle. Hab hier schon Obsidan, aber das hab ich noch nicht abgearbeitet, das mach ich später. Ich hab hier schon einen Diamant, trotzdem such ich noch weiter, vielleicht find ich ja noch ein paar. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall mal. Und ja, gehen wir einfach mal los. Äh, da ist schon ein kleiner Weg. Vielleicht geht's dahinter. Ja, okay, ich denke, das fällt jetzt jedem auf. Nein, die hab ich schon vorher gesehen, ich wollte nur schnell ein Video machen, dass ich wirklich zeigen kann, dass ich jetzt das erste Mal gescheit Diamanten gefunden habe. Da bin ich so was von happy drüber, das ist so krass, man. Und ja, wie viele Diamanten habe ich jetzt? Sieben Diamanten. Ja, das ist schon ein guter Anfang, finde ich. Jetzt werden wir nur hoffen, jetzt hoffe ich, dass ich nicht ins Diamantenfieber gerate. Dass ich gar nicht mehr hoffen kann, Diamanten abzuarbeiten. Okay, hier geht's nicht weiter. Wow, ist die Lava hell. Wow, die Lava ist hier grad sehr hell. Ja, da geht's nicht weiter. Ihr werdet das halt jetzt alles wieder in Superspeed Party Mode sehen. Also, dass es halt alles übermäßig schnell ist. Ich stell das jetzt mal hier grad auf einfach, oder nein, ich lass es auf peaceful, sonst kommt noch ein Monster und tötet mich und dann bin ich so was für ein Marsch. Und das will ich auf keinen Fall. Und jetzt gehen wir hier gerade mal weiter. Komm schon, gut. Und suchen. Vielleicht finden wir ja wirklich sogar noch einen Diamanten. Das wäre jetzt echt der Hammer. Das hier geht jetzt halt nur langsam voran. Aber wenn dann der Profit da ist, dann ist man da. Dann ist das die beste Befriedigung, die man hat für seine harte Arbeit. Ich hoffe einfach, dass ich hier jetzt überhaupt weiterkomme, weil das sieht schon recht gut aus hier. Ah, da geht's weiter. Da kann ich weiter. Wow! Nein, 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 nein. Zum Glück habe ich peaceful gelassen. Oh, meine Fresse. Mein armes Herz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Fresse. Okay, ich überleg's mir, ob ich da noch weitermache. Mann, das sowas darf nicht passieren. Wenn das passiert, dann bin ich echt am Arsch. Hammermäßig. Mann, war das strange. Ich mach jetzt einfach hier irgendwie, probier ich da durchzukommen. Hammermäßig. Also das hier. Oh Mann, das war echt ein, das war echt ein, das war echt ein harter Moment, ganz ehrlich. Wow. Ja, da geht's weiter. Und da geht's irgendwie doch nicht weiter. Oh, okay, wir lassen's, ich geh jetzt, ich geh, jetzt ist es, ich lade, wir lassen's lieber. Ich geh jetzt, bring jetzt meine Diamanten in die Basis und ihr werdet dann schon sehen, was passiert. Ja, puh, Mann. Wie, den spannenden Moment lass ich euch noch, dass ihr sehen werdet. Scheiße. Dass ihr sehen werdet, wie es da weitergeht oder ob es da weitergeht. Aber, Mann, Alter, Leute, 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 ihr müsst den, das ist echt manchmal, man, manche sagen, das Minecraft ist nicht spannend, ja. Guckt euch mal das hier an, was hier abgeht. Und seht ihr, was da ist, was hier spannend oder nett ist, Alter, wow. Hammermäßig, ganz ehrlich. Ja, jetzt treten wir den Rückzug an, ich, ihr werdet das physisch schon nicht wieder alles versetzt hören, ihr werdet den Rückzug schon lange angetreten haben, aber egal. Jetzt. Habt viel Spaß mit dem Video, ja, mehr kann ich nicht sagen. So, ob sie dann, hab ich bestimmt in eurem Video auch schon abgebaut. Da bin ich gerade noch dabei. Oh, meine Stimme hat sie wieder so verkackt an. Ich weiß gar nicht, ob man das da mit abräumen soll oder da mit. Was? Ich glaube, vielleicht kann man das sogar nur mit einer Diamantspitze abarbeiten. Das gucken wir jetzt einfach mal. Na. Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da passiert gar nichts. Und da. Tut sich auch nicht wirklich was. Ja, okay. Wir werden hier diese Höhle weiter erforschen, wenn mein Puls ein bisschen runtergekommen ist. Und, ja, ich kann hier jetzt schon mal ein bisschen, irgendwie muss man ja den Zuschauer ein bisschen auf bessere Gedanken bringen. Ihr werdet ja, irgendwie werde ich jetzt den, also ich bahne gerade den Weg durch, dass ihr ein bisschen seht, was da so passiert. Wie es jetzt höchstwahrscheinlich im nächsten Let's Play weitergeht. Also ihr habt bestimmt jetzt schon die fetten Lava-Fäller hinter euch, die haben mich jetzt hier gerade überwältigt. Oha. Das ist ein schöner Anblick. So was echt. Weil man einfach weiß, dass da viel auszuholen ist aus so einer Riesenhöhle. Ja, was soll ich sagen. Hier geht es dann weiter. Da. Ich bin jetzt halt. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle rumprabble von irgendwas, wo ihr keine Ahnung habt, was ich da eigentlich labere. Ihr werdet schon sehen, wie es weitergeht. Und, also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.